Ich erfangen habe, Christus ist die Ursache, sie sind gestorben und begraben worden. Gestern wird der Tag aufgeregt worden, der Schilder ist fast an einem Zweck. Danach geschieht er mehr als 500 Menschen, die meisten von ihnen sind am Leben. Danach geschieht er wieder Gottes, dann alle Verkostungen. Als Letzter, an allen Geschenken, auch nur der Missgeburt. Und ich verkünde mir, ohne die Anbremse, das ist unsere Botschaft, das ist der Glaube, den wir angenommen haben. Wort des ewigen Gottes. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Versuch es. Der Gehrtzeit und Gott, der konnte nicht das Ding ausmachen. Er hat gesagt, er macht das Ding mit. Mit der Fahrrad. Er hat gesagt, er macht das Ding mit. Soll er kann ich das Ding mit? Wir spielen sie. Am ersten Kampfer waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Pellemann, das 16 Stadien von Jerusalem entfernt. Sie sprachen miteinander aus, was sie in der Rheinland hatten. Während sie redeten und ihre Gedanken ausmarschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren in den Heiligen Schrauben, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Leben miteinander erledet? Da sind sie traurig stehen, und der eine von ihnen, der hieß Leopas, antwortete ihm, bist du zufrieden, die dieseren Preise nicht weiß, was in diesem Parzess 이� Deutsch ist. Und dann rief jetzt in der Kommandion. So kommen wir. Und dann ist heute in der Kommandion seitdem das alles. Aber nicht nur noch. Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in unsere Ausbildung untersetzt. Sie waren zu früh bei der Kommandion, fanden aber seinen Leicht am Leben. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es sei an ihnen ein Leben, und es ist ein Gesang, der Leben. Einige von uns lieben, das ist ein Dörfer, den man kann auf einem Blasberg sehen, den sie wieder sehen, die erzeugt am Blasberg sehen. Ist egal, jetzt. Da sagte er zu den lieben Schönen, wie reicht ihr denn nicht? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Ehrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dann, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihm geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus hat uns vor die Arbeit gegeben, aber sie treten in den Zornen.